Hallo ihr Lieben, ich bin eine Erdbeere unter vielen, aber jetzt kommt's, ich kann aber sprechen, je, ja, wusstet ihr eigentlich, dass es über 1000 verschiedene Sorten Erdbeeren es gibt zu mir und meine Herkunft, ich stamme aus Deutschland und mein Name ist Senga-Senga-Ana, je, je, die meisten der Erdbeeren in Deutschland werden im Juni verkauft, je, je, Erdbeeren reifen nach dem Ernten nicht nach. Es werden daher nur mündlich reife Früchte geerntet. Ein besonderes Erlebnis in der Freizeit für die ganze Familie ist das Selbstpflücken der frischen Erdbeeren. Das macht Spaß und ist noch dazu günstiger als am Verkaufsstand. Zweitgrößter Liebherrn ist Nordrhein-Westfalen mit Erdbeeren aus dem Rheinland und Westfalen. So ihr Lieben, das war ein klein wenig Erdbeerkunde, ach was ich noch sagen wollte ist, dass Erdbeeren sehr sehr gesund sind, lasst sie euch schmecken, Busse und liebe Grüße an euch alle, eure Senga-Senga-Ana. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.